So Dalle, Bastelzeit und ihr seht schon, die Textkonsole ist wieder offen. Heute geht es offensichtlich wieder so ein bisschen um IT und Server. Genauer gesagt um Konsolidierung, also die Möglichkeit mehrere Applikationen auf einem einzigen Server zu betreiben, einfach um Kosten und Ressourcen zu sparen. Da hatte ich ja schon in der Vergangenheit ein paar Dinge gezeigt, wie man sowas machen kann. Alle haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Da ich aber davon ausgehe, dass nicht jeder alle Videos da gesehen hat, machen wir noch mal eine Kurzzusammenfassung der bekannteren Möglichkeiten und warum die gut oder schlecht sein können. Für die, die jetzt schon stöhnen, weil sie das schon alles kennen, unten ist ein Inhaltsverzeichnis, könnt ihr ja vorspulen. Die einfachste Möglichkeit mehrere Programme laufen zu lassen auf einem Server ist einfach sie nebeneinander zu installieren. Das ist also das typische Endanwenderkonzept. Ich habe einen Rechner, darauf läuft ein Betriebssystem und dann installiere ich 20 Millionen Programme und wundere mich, dass das irgendwie langsam wird. Das ist natürlich extrem einfach, weil man kann da einfach nur die Software installieren und dann ist fertig. Hat unter guten Betriebssystemen das Ganze auch noch relativ gut unter Kontrolle, weil es einen Paketmanager gibt. Gerade bei Linux-Systemen, wenn das Ding alles aus dem Paketmanager stammt, sagt man einmal zentral, mach mal Updates und hat überall die aktuelle Version. Allerdings, das Ding hat keine wirkliche Trennung. Das fällt einem an vielen Stellen auf die Füße. Das geht schon los bei Ressourcenverteilung. Meistens ist die in Betriebssystemen eher rudimentär, dass man sagen kann, okay, hier der Web-Server soll jetzt irgendwie langsam machen, wenn der Video-Server mehr zu tun hat oder solche Sachen. Geht dann auch über Sicherheit. Wenn eine Software einen Programmfehler hat, naja, der Angreifer ist dann in der Software drin, kommt auf System und da liegt direkt alles quasi fertig für ihn. Ja, man kann es mit Benutzern versuchen zu trennen, aber auch das ist meistens nur so eingeschränkt hilfreich. Kann aber auch schon operativ ein Problem werden, wenn wir von Libraries reden, also von Programmbibliotheken, die irgendwie existieren und von Software dann von verschiedenen Softwarepaketen genutzt werden. Wenn wir zum Beispiel ein Programmpaket haben, was bereitstellt, okay, so sprichst du mit dem Netzwerk, dann macht es natürlich Sinn, die in verschiedenen Softwareprojekten auch zu nutzen, sodass man das da alles irgendwie einheitlich hat. Das kann aber zum Problem werden, wenn man Software im Einsatz hat, die nicht gut gewartet wird. Insbesondere natürlich bei proprietärer Software der Fall, dass da eine feste Version vorgegeben ist und man hat keine Möglichkeit, das mit einer neueren zu kompilieren, weil zum Beispiel es gar nicht vorgesehen ist oder sich die ABI geändert hat. In den Fällen hat man dann nur noch die Auswahl, naja, entweder ich starte die eine Software oder ich starte die andere Software, aber beide gleichzeitig geht halt leider nicht. Auch da kann man wieder ein bisschen drumrum arbeiten. Recht bekannt bei Python zum Beispiel VNVs oder man treibt es komplett auf die Spitze und macht es dann komplett unübersichtlich. Ich glaube, das nennt sich Nixos. Ist aber alles, ja, schwierig. Eine andere Möglichkeit, sowas zu machen, was auch schon sehr lange genutzt wird, das ist die sogenannte Virtualisierung. Wir nehmen also den PC oder den Server und erstellen auf dem virtuelle PCs wieder, wo im Prinzip ein kompletter Rechner im Rechner steckt. Da kann man dann ein komplett getrenntes Betriebssystem installieren. Relativ bekannte Systeme im Serverumfeld sind zum Beispiel KVM, ESXi von VMware oder Xen. Und das ist auch relativ beliebt, hauptsächlich, weil es halt sehr flexibel ist. Wie gesagt, wir installieren ein komplettes getrenntes Betriebssystem da rein. Das heißt, man kann da mischen, wie man will. Man kann auf einem Windows-Server einen Linux installieren, auf einem Linux-Server einen Mac installieren. Wobei, nee, das ist ja verboten. Aber technisch ist sowas alles möglich. Außerdem haben die Systeme meistens eine recht gute Trennung. Das heißt, wenn da also mal tatsächlich ein Angreifer irgendwie aus einer Software ausbricht, ist er erstmal nur in diesem virtuellen Rechner und müsste dann von diesem virtuellen Rechner noch weiter ausbrechen, um da irgendwas anrichten zu können. Außerdem gibt es meistens Ressourcenmanagement auf VM-Ebene, also einer virtuellen Maschine, dass man sagen kann, okay, hier diese virtuelle Maschine, das ist nur, wo ich Dinge teste. Die hat jetzt eine niedrigere Priorität. Wenn irgendwas anderes plötzlich mehr Leistung braucht, dann hat das Vorrang. Hat allerdings auch ein paar Nachteile. Wie gesagt, es ist ein komplettes Betriebssystem, was komplett unabhängig ist. Das heißt, prinzipiell muss man das auch komplett unabhängig warten. Das ist, als ob man da einen zusätzlichen Server stehen hat, um den man sich kümmern muss. Da gibt es zwar teilweise ein bisschen Management- und Orchestration-Tools, die in diesen Virtualisierungsumgebungen verfügbar sind, aber ja, teilweise nicht ganz so ausführlich. In den meisten Fällen muss man es per Hand einrichten. Also das ist ja nicht so einfach. Außerdem hat man eventuellen höheren Ressourcenverbrauch, einfach dadurch, dass da ein komplettes Betriebssystem laufen muss. Das heißt also, alles muss im Zweifelsfall doppelt vorgehalten werden für jede von diesen virtuellen Maschinen. Einmal im Serverumfeld jetzt meistens nicht unbedingt so das große Problem. RAM ist ja relativ günstig gewesen, lange Zeit. Aber wenn man in Umgebungen arbeitet, wo halt RAM eventuell ein Thema ist, kann zum Problem werden. Früher gab es dann auch das Argument, dass die Geschwindigkeit deutlich schlechter ist, weil alles virtualisiert werden muss. Das heißt also, das Betriebssystem in dieser virtuellen Maschine geht zum Beispiel hin, sagt jetzt, okay, ich möchte auf die Festplatte schreiben, schickt da seinen Festplattentreiber. Der Festplattentreiber schickt das zu einer virtuellen Festplatte auf dem Host, also dem System, wo alles drauf läuft, muss dann diese hier, so soll die Festplatte angesteuert werden, wieder umgewandelt werden in den Befehl für das Betriebssystem. Das dauert natürlich alles, kostet Leistung. Ist heute eigentlich kein Thema mehr für alle gängigen Betriebssysteme. Gibt es üblicherweise auch immer Para-Virtualized-Treiber. Das heißt, die VM, das Betriebssystem, was in diesem virtuellen Rechner läuft, weiß, dass es virtuell ist und versucht dann nicht irgendwie mit einer Festplatte zu reden, sondern weiß schon, okay, hier liegt noch irgendwas drunter und gibt dem die Daten einfach nur passend weiter, sodass da nicht mehr ganz so viel Umwandlung ist und damit erreicht man nahezu die Geschwindigkeit, die man auch auf einer normalen Hardware hätte. Zuletzt, da haben sich dann auch sogenannte Microservices durchgesetzt, relativ bekannt Container-D oder auch früher Docker. Die funktionieren erstmal ähnlich zur Virtualisierung. Das heißt, man hat im Prinzip ein abgeschottetes System, aber sie nutzen vielmehr die Sachen des Hosts, z.B. den Kernel oder auch Teile der Hardware. Das heißt also, im Gegensatz zur Virtualisierung, wo wir ein komplett getrenntes System haben, haben wir hier zwar so einen abgeschotteten Bereich, aber im Prinzip arbeiten wir mit dem selben Betriebssystem, was dann auch auf dem Server direkt installiert ist. Das hat erstmal ziemlich viele Sachen, die sich gut anhören. Zum Beispiel ist es sehr einfach, Ressourcen zwischen mehreren Containern zu teilen. Man hat in vielen Fällen im Sinne von Docker oder Kubernetes oder so ein zentrales Management, wo man sich dann auch um alles kümmern kann, kann das gut skalieren, hoch, runter und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Zum einen, naja, dadurch, dass wir Teile vom Host mit benutzen, sind wir bei den Betriebssystemen, die wir laufen lassen können, beschränkt. Meistens heißt das also, okay, wir können da drin irgendein anderes Linux, eine andere Linux-Distribution starten, aber zum Beispiel können wir üblicherweise kein Windows darin starten oder irgendwas anderes. Auch ist es zumindest nach meiner Erfahrung nur so mäßig stabil. Also ich habe relativ viele Abstürze. Teilweise auch so, dass dann Container hängen bleiben und lassen sich nicht mehr beenden und solche Späße. Macht keinen Spaß. Und man hat eine ziemlich große Update-Problematik. Naja, ich hatte ja eben schon gesagt, man hat ein zentrales Management. Meistens läuft das so, dass man sagt, hier, gib mir mal bitte einen Webserver. Und dann installiert er einen Webserver. Was viele aber nicht verstehen, ist, dass darunter im Zweifelsfall dutzende Schichten sind, die alle aufeinander aufbauen. Und naja, dann hat man dann ein Image, was den Webserver bereitstellt, was irgendwie eine Woche alt ist. Muss ja aktuell sein, ja. Okay. Basiert aber dann auf einem Betriebssystem, was irgendwie seit einem Monat kein Sicherheitsupdate mehr gesehen hat. Und das kann einem ziemlich auf die Füße fallen. Gerade bei Dingen, die nicht so verbreitet sind, ist es da nicht unüblich, dass man da Dinge findet, die schon lange überfällig sind mit Updates und bekannte Sicherheitslücken haben. Da muss man also sehr viel reinstecken, obwohl oben drüber gesagt wird, ja, ja, wir machen das alles für euch. Heute will ich dann mal ein anderes Konzept vorstellen und zwar auch ein Container-Konzept. Das nennt sich LXC oder ausgeschrieben Linux-Containers. Der Name sagt ja schon, das Ding ist für Linux gedacht. Das heißt also, wir haben einen Linux-Host, wir haben Linux-Gäste. Auch hier also nicht mischbar. Funktioniert auch erstmal ähnlich wie dieses Container-D und Docker-Zeugs, hat aber ein bisschen anderes Konzept. Und zwar wird das Ganze mit diesen Layern, also den Schichten, die aufeinander aufbauen, weggelassen. Sondern da arbeiten wir ähnlich zur Virtualisierung. Wir machen uns einen virtuellen Rechner im PC und installieren da alles ganz normal mit unserer Distro, unseren Programmen und haben nicht irgendwie sowas, sodass man jeden Dienst in eigenen Container schiebt oder so. Es ist also quasi so ein Mittelding zwischen Virtualisierung und Container. Ich persönlich finde das relativ angenehm, einfach weil man den Vorteil von Containern nimmt. Das heißt also, dass es relativ einfach ist, Ressourcen zu teilen, dass man relativ wenig Ressourcen braucht und recht einfach zu bedienen ist. Ich lasse aber diese ganze Layering-Kram und Update-Problematik weg, mache stattdessen wie bei Virtualisierung ein komplettes Betriebssystem da rein, welches sich dann über meine eigenen Konfigurations-Management-Programme auch steuern kann und dann darüber natürlich auch aktualisieren kann. Ja, wie schon gesagt, LXC ist für Linux gedacht. Ich habe mir hier dann entsprechend als Host-System, also da, wo wir das alles drauf aufsetzen wollen, ein Debian ausgesucht. Ist eine Distribution, die ja relativ verbreitet ist für Server. Ansonsten auf den meisten anderen funktioniert es ähnlich. Die grundliegende Technik ist dabei im Linux-Kernel schon drin, aber wir brauchen halt noch so ein paar Management-Tools. Die müssen wir uns dann noch per Hand installieren unter Debian mit apt install lxc. Unter anderen Betriebssystemen sollte man auch mit dem entsprechenden Paket-Manager weiterkommen. Wie wir sehen, hier kommen auch entsprechend viele Pakete noch hinterher, die einmal installieren. Und dann sind wir prinzipiell auch einsatzbereit. Es gibt dabei zwei Dienste, die im Hintergrund laufen sollten. Das ist einmal LXC und LXC-Net. Unter Debian kümmert sich das Betriebssystem oder die Distribution automatisch darum, dass die passend gestartet werden. Wenn ihr auf anderen Linux-Distributionen seid, einfach mal schauen, ob die da sind. Wenn wir jetzt auf Nummer sicher gehen wollen, dann können wir noch LXC-Check-Config machen. Damit wird geprüft, ob der Linux-Kernel, der aktuell läuft, alles nötiger hat, was wir brauchen. Wenn wir mal gucken, Namespaces sind verfügbar. Wenn wir hier weiter runter gehen, C-Group-V1-Controller sind missing. Allerdings sollte das für uns nicht so relevant sein, weil wir C-Group-Version 2 im Angebot haben und das müsste funktionieren. Also legen wir mal los und das machen wir am besten, indem wir eine neue VM, einen neuen virtuellen Server anlegen. Oder in jedem Fall ist es ja keine VM in dem Sinne, sondern eher ein Container. Die einfachste Möglichkeit dafür, das ist der Befehl LXC-Create. Wenn wir den eingeben, dann sehen wir schon No-Container-Name. Es gibt natürlich wie immer eine sehr lange Kontexthilfe. Das heißt also, wer da was haben will. Was am einfachsten ist, ist einen Namen zu definieren. Minus N. Jetzt sagen wir hier zum Beispiel Test 1. Und wir müssen definieren, was wir für ein Template benutzen wollen. Das ist der Name von der Distribution, die wir installieren wollen. Da gibt es Listen im Internet. Noch einfacher ist es aber einfach zu sagen Download. Das nämlich als Ausführen. Dauert das einen kleinen Moment. Der macht jetzt GPG einmal hier fertig und bereitet ein paar Sachen vor. Oder zumindest theoretisch ist es einfacher. Denn in meinem Fall, naja, Unable to Fetch GPG Key. Er hat Probleme, den Key zu laden. Das ist, wenn ich richtig schätze, ein Problem von den SKS Key Servern. Die machen da manchmal ein paar Probleme. Man kann dann allerdings mit Download Underscore Key Server auch andere Key Server angeben. Ich nutze jetzt einfach mal die von Ubuntu. Wenn wir gucken, das funktioniert dann schon mal deutlich besser. Ist jetzt der Index am runterladen. Und hier haben wir jetzt die Liste mit den ganzen Linux Distributionen, die wir installieren können. Da sind relativ bekannte dabei, wenn wir hier oben einfach mal gucken. Alpine Linux, was recht bekannt ist aus der Docker-Welt. Wir haben selbstverständlich auch so Arch Linux, CentOS, Debian und die ganzen anderen Sachen. Einfach mal durchgehen, ist jede Menge Zeugs dabei. Und für die meisten Fälle dürfte das ja auch ausreichen. Machen wir jetzt einfach mal, weil wir können einen Arch Linux hier drauf. Also Arch Linux Current AMD 64. Er fragt jetzt hier unten ja schon nach Distribution. Arch Linux Release Current Architecture AMD 64. Und ist jetzt am runterladen. Dauert einen kleinen Moment. Und ja, you just created an Arch Linux Linux X64 Container. Das klingt doch gut, oder? So, technisch gesehen, was der gemacht hat. Es gibt einen Ordner war lib LXC üblicherweise. Und wir sehen jetzt hier einen Ordner angelegt Test 1, so wie auch unsere VM heißt oder unser Container. Da drin gibt es zwei Sachen. Einmal eine Datei config und einmal eine Datei Route FS oder ein Ordner Route FS. Der Ordner Route FS, das ist im Prinzip das Dateisystem, was wir dann am Schluss tatsächlich in diesem Container benutzen. Das heißt, das ist unsere Hauptpartition, unser Dateisystem, was normalerweise auf der Festplatte oder SSD landen würde. Die Datei config hingegen, wenn wir hier reingucken, da stehen lediglich ein paar Daten drin, die er kennen muss. Sowas wie zum Beispiel hier. Ermöge bitte die Common-Konfiguration mitladen. Das Ganze ist ein 64-Bit-Container. Wir haben hier unten ein paar Profile und Pfade und so weiter. Und last but not least die Netzwerkkonfiguration. Die können wir uns einmal später angucken. Was uns jetzt aber wahrscheinlich eher interessiert. Na ja, schön, wenn wir es kreiert haben, aber es wäre auch gut, wenn wir es nutzen können. Also starten wir den ganzen. Und na ja, wir hatten ja gerade schon LXC Create. Was könnte wohl zum Starten nötig sein. LXC Start. Und was wir dahinter schreiben, ist dann der Name. Test 1 hieß es ja. Und normalerweise würde er das jetzt bei den meisten Distributionen wahrscheinlich starten. Bei Debian ist es leider nicht der Fall. Wir sehen, hier kommt irgendwelche seltsamen Fehlermeldungen. Ein bisschen aussagekräftiger wird das, wenn wir noch ein großes F dran machen. Foreground. Dann sehen wir nämlich hier schon Cannot Use Generated Profile ab. Armour. Parser is not available. Also gucken wir mal. Haben wir zufällig eine Datei, die so heißt? Kurzer Blick drauf. Offensichtlich ist die theoretisch da. Das scheint ein Problem zu sein, wenn man unter Debian mit Zoo arbeitet. Im Zweifelsfall das Profil nochmal laden. Dann hat man deutlich bessere Chancen und dann geht auch der Fehler weg. Also starten wir jetzt unseren Container. Das sieht doch deutlich besser aus. Kein Fehler. Aber auch sonst nichts. Allerdings, wenn wir jetzt gucken LXC minus LS, dann sehen wir hier gibt es einen Test 1. Also irgendwas scheint zu laufen. Und wie benutzen wir das jetzt? Naja, ähnlich wie auch mit anderen Systemen. Wir können nämlich hingehen und können uns attachen. Ich mache das jetzt hier einfach mal in einem T-Max noch auf. Ignoriert das einfach. Das braucht ihr nicht. Sondern was man braucht ist LXC Attach und dann den Namen Test 1. Okay, wir haben einen anderen Prompt. Was ist jetzt passiert? Naja, jetzt sind wir tatsächlich in unserem Container drin und können darin arbeiten. Wenn wir hier nämlich mal gucken. Okay, das ist leer. Wenn wir in Schräger gehen, das ist voll. Und was sagt er, wenn wir ETC LSB Release? Ist der drauf? Nein, ist nicht drauf. Schade. Aber glaubt mir einfach, das hier ist ein Arch. Können wir auch sehen, wenn wir Pac-Man eingeben. Ja, Pac-Man ist drauf und das ist auf unserem Host System ja nicht drauf. Machen wir mal gerade hier unten nochmal unser Debian auf. Wenn wir hier Pac-Man tippen. Command not found. Also, wir sind jetzt hier in unserem Debian. Können auch eine Bash starten. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Dann kann man hier arbeiten wie gewünscht. Und kann jetzt hier zum Beispiel auch irgendwelche Software installieren. Zum Beispiel einen schönen Texteditor. So, yes please. Und tada, er fängt an zu installieren. Alles, was wir jetzt hier oben in diesem Container machen, bleibt auch mehr oder weniger im Container drin. Aber nicht so ganz. Also prinzipiell, wenn wir hier gucken, wir sind ja jetzt auf Schräger. Wir sehen hier unsere Dateien. Wenn wir hier die Dateien uns auf dem Host ansehen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Das heißt also, wir sind hier tatsächlich getrennt. Wenn wir sagen, gib mal Root, dann sehen wir das Root vom Container und nicht das Root vom Dateisystem da drüber. Sprich, das hier ist im Prinzip der Inhalt, den wir auf dem Host unter Valib LXC Test 1 Root FS finden. Da sehen wir, das sieht gleich aus. Aber es läuft trotzdem unter dem selben Kernel. Das können wir auch sehen, wenn wir hier uns mal Top angucken. Machen wir das mal schön. So, das sieht auch viel schöner aus. Wenn wir jetzt hier nämlich irgendwas starten, was Ressourcen zieht. Sagen wir mal installieren hier. Was können wir installieren? BAMON, TMAX, keine Ahnung. Einfach ein paar Sachen. Und wir sehen hier unten. Ihr habt das eventuell kurz aufploppen sehen. Hier ist auch unser Pac-Man Prozess. Der läuft also tatsächlich hier auch auf dem System. Machen wir nochmal hier irgendwie was anderes. Dev Random oder U Random ist es ja glaube ich nach Dev 0. Einfach mal um ein bisschen Last zu machen. Wir sehen jetzt hier unten. Wenn wir den mal anhalten. Wir haben hier unseren DD Prozess, der die CPU auch frisst. Aber was uns eventuell auch auffällt, der läuft tatsächlich als User Root. Das heißt also, die Trennung ist nicht auf Benutzerebene, sondern die ist wirklich allein durch diese Container. Das heißt also im Sinne von, wenn wir hier PSXA machen, uns also die Prozesse auf dem Hauptbetriebssystem anzeigen lassen, dann sehen wir hier auch irgendwo unseren DD Befehl. Da ist er. Der ist also da. Wenn wir das aber jetzt mal rumdrehen und gehen jetzt mal hier hin auf unseren Container, der ja getrennt sein soll. Lassen wir uns hier unsere Systemlast anzeigen. Dann sehen wir eventuell schon, ja okay, die Liste ist deutlich kürzer als auf dem anderen Host. Und auch wenn wir hier unten jetzt etwas starten. Achtet mal drauf. Hier oben haben wir 100 Prozent Leerlauf im Prinzip. Und kein DD Prozess. Wenn wir den jetzt hier unten starten. Start. Wir sehen jetzt, der läuft hier los. Wir sehen auch hier auf dem Host System, auf unserem Debian, da ist der DD Prozess, den wir gestartet haben, drin. Auf unserem Container sehen wir aber keinen DD Prozess. Aber wir können sehen, dass wir CPU Last haben. Das heißt also, wie viel CPU gerade frei ist. Das sehen wir durchaus im Container. Wir sehen nur nicht, wer und wo diese CPU Last abgerufen wird. Und das ist halt die Magie hinter diesen sogenannten C Groups. Dadurch, dass wir hier diesen Prozess oder die Prozesse, in meinem Fall sind es jetzt ja hier zum Beispiel die Init, den Journal D und natürlich die Becht, die ich gestartet habe mit dem Top drin. Die ganzen Prozesse, die laufen in diesem Container, in dieser sogenannten C Group, also Control Group und können nur ihre eigenen Ressourcen sehen, aber nicht, was außenrum los ist. Und dadurch, dass das halt ganz normal im Kern läuft, ist es erstmal quasi dieselbe Geschwindigkeit, als ob wir hier die Software, die hier drin läuft, nativ auf dem Host ausführen würden. Gut. Ich hoffe, das Konzept ist grob rübergekommen, was der Container jetzt sagt. Es gibt aber noch ein paar Sachen, die man beachten muss. Das Erste ist, ähm, naja, wir haben jetzt hier unser, äh, unseren Container, können mit Exit auch einfach da rausgehen. Achso, ich hatte eine Bash gestartet, deswegen. So, jetzt mit Exit, jetzt sind wir wieder im Debian und können dann jederzeit wieder Attach machen. Soweit ist das ja gut. Aber eventuell wollen wir das Ding ja auch mit Netzwerk benutzen. So, ihr habt jetzt ja schon gesehen, ich habe mit Pacman Dinge installiert, also Netzwerk ist offensichtlich da, aber wenn wir mal hier gucken, IP-Adress, äh, 10.0.3, das ist irgendeine interne IP-Adresse, die er sich hier gekrallt hat. Das ist etwas, was Debian zum Beispiel automatisch macht. Die machen hintendran technisch gesehen ein eigenes Interface auf. Wenn wir hier mal gucken, IP-Adresse. Es gibt ja eine LXC-BR0, eine Ethernet-Bridge und an die werden alle diese virtuellen Kisten drangehangen, bekommen dann per DHCP eine IP aus hier dem Netz, was wir hier haben. Und, äh, der Debian kümmert sich dann um das Routing ins Internet. In den meisten Fällen ist das auch ausreichend. Ich meine, ihr könnt dann natürlich jederzeit hingehen und ganz regulär hier mit IP-Tables und NAT ein Port-Forwarding in diese VMs reinmachen. Das heißt, auch wenn man hier drin jetzt einen Server-Dienst starten würde, kann man das machen. Genauso kann man natürlich auch ein Routing einrichten. Das heißt also, man kann sagen, okay, ich habe einen Host mit mehreren IPs und dann könnte man zum Beispiel eine IP da weiterreichen. Das führt aber, denke ich, jetzt auch ein bisschen zu weit. Ich denke, wer sich mit Netzwerk unter Linux beschäftigt, bekommt das im Zweifelsfall hin. Es gibt da noch Möglichkeiten, das zu verändern. Und zwar gibt es so eine generelle Config-Datei, etc.lxc-default.conf. Hier seht ihr die Standardkonfiguration. Hier steht auch drin, okay, er soll ein VETH benutzen. Er soll das an LXC-BR0 machen und an Flex-Up, also das Ding einschalten. Hier drüber kann man das Ding auch an eine andere Netzwerkbrücke dranhängen. Wenn ihr zum Beispiel direkt mit dem Switch und eurer Netzwerkkarte das alles bridgen wollt, das geht auch. Das ist so dieses klassische Prinzip, was zum Beispiel häufig bei ESXi oder teilweise auch bei KVM angewendet wird. Also man hat da im Prinzip alle Freiheiten. Dadurch, dass es ein virtuelles Ethernet-Device ist, also quasi wie eine zusätzliche Netzwerkkarte, kann man die beliebig beschicken. Es ist halt nur vorteilhaft, einfach dadurch, dass Debian zum Beispiel hier dieses automatische Mini-interne Netzbau, dass man direkt Internet hat, muss man halt nichts konfigurieren. So, gestartet ist natürlich. Natürlich gibt es dann auch LXC-Stopp für den Fall, dass wir etwas stoppen wollen. Test 1. Und wenn wir jetzt ein LXC-LS machen, steht da aber weiter drin. Was man sich ganz gut merken kann, ist ein kleines F dahinter. Das ist nicht Forced, sondern Fancy. Da steht ein bisschen mehr. Hier sieht man dann nämlich zum Beispiel den Namen und den State Stopped. Man sieht auch Autostart. Ja, sowas gibt es auch. Und Gruppen IPv4, IPv6. Das heißt also, wenn wir nochmal starten würden, dann steht er jetzt hier auch als Running drin und kurz drauf dann auch mit der zugehörigen IP-Adresse, sodass man das ganz gut erkennen kann. So, den Container kann man auch noch weiter konfigurieren. Ich hatte eben ja schon gezeigt. Es gibt diesen var-lib-lxc-test1 und da gibt es die Config-Datei. Die hätten wir eben ja schon gesehen, wo dann auch hier drin steht, dass er zum Beispiel hier dieses virtuelle Ethernet nutzen soll. Und hier kann man jede Menge Config-Variablen auch noch zusätzlich dabei schreiben. Eine zum Beispiel wäre lxc.start.auto gleich eins. Wenn wir das getan haben, dann können wir wieder unser übliches ls-Kommando machen und Autostart immer noch 0. Wie kommt das? Naja, die Sache ist relativ einfach. Das funktioniert nicht oder wird nicht übernommen, solange der Container läuft. Also stoppen wir den einmal. Und wenn wir jetzt hier gucken, dann ist er jetzt auch auf 1. Wunderschön. Es gibt noch einen anderen Befehl, der da helfen kann. Das ist lxc.autostart. Mit einem minus großen L kann man sich alle Container anzeigen lassen, die automatisch starten sollen. In dem Fall unserer. Und aktuell ist er nicht gestartet. Und mit minus A können wir auch so ein Systemstart simulieren. Das heißt, er würde jetzt alle Container starten. Und wenn wir jetzt hier nochmal ls machen, jetzt ist er auf Running. Was man auch ein bisschen berachten muss, und zwar ist es euch eventuell gerade aufgefallen, die IPv4, die ändert sich bei jedem Start. Das heißt also, wenn ihr da irgendwas machen wollt, denkt bitte dran, entweder im Container wirklich eine feste IP zu setzen, dass die immer gleich ist. Oder über die Config-Datei, die ich euch gezeigt habe, da kann man auch Skripte und so reinmachen, die dann irgendwelche Dinge tun und die IP-Adresse an Skripte übergeben. Also ja, kann man viel machen. Okay, nachdem das jetzt alles soweit klar ist, und wir hier unsere Sachen haben, soll natürlich noch erwähnt sein, dass es auch ein Destroy gibt. Das heißt also, wenn ihr irgendwann mal solche Container löschen wollt, geht das entsprechend da drüber. Is running. Okay, LXC stop vorher. Das könnte eventuell helfen. Wenn wir jetzt gucken in var.lib.lxc, dann haben wir jetzt hier nichts mehr drin. Das heißt, unsere Daten sind auch entsprechend entfernt worden. Sollte man natürlich nur machen, wenn man die Daten auch nicht mehr braucht. Versteht sich, denke ich, von selber. So, Qualm der Schädel jetzt vor lauter Konsolenbefehlen? Tja, muss wahrscheinlich so bleiben. Ich hätte euch jetzt gerne noch gesagt, dass es irgendeine tolle GUI gibt, mit der man das Ganze verwalten kann. Aber ich habe nur zwei Sachen gefunden und die waren beide nur so meh. Okay, das erste wäre LXC mit Wirt Manager. Das hatten wir hier schon gesehen, als ich KVM und QEMO vorgestellt habe. Der kann prinzipiell auch, wie wir hier sehen, LibWirt mit LXC verwenden und damit Container verwalten. Allerdings gibt es sehr viele Einschränkungen. Man kann auf Remote-Systemen keine Sachen anlegen. Das heißt, man muss also vorher das Ganze per Hand anlegen. Und auch in der Bedienung hatte ich jetzt nicht so viel Glück. Also ich meine, ich kann den Container starten. Ich kann mich attachen, zumindest auf die Login-Shell. Muss man dann in den jeweiligen Dokus gucken, wie die Zugangsdaten sind. Aber manche andere Sachen, wie zum Beispiel das Stoppen von Containern oder so, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also zumindest bei mir hat dieses Konstrukt mit der GUI nicht wirklich funktioniert. Eine andere Alternative, das ist Proxmox. Da kann man das Ganze über ein Webinterface steuern. Aber Proxmox, da steckt zum einen eine Firma dahinter, die ihr Produkt verkaufen will. Das heißt, da kriegt man immer wieder so Werbenachrichten, sage ich mal, eingeblendet. Und was für mich das große Problem ist, es ist halt quasi ein eigenes Betriebssystem. Mal eben irgendwo auf einer beliebigen Distro nachinstallieren, ist da leider nicht drin. Daher meine Empfehlung, bleibt lieber bei den Konsolenkommandos. Muss man sich vielleicht ein bisschen länger mit beschäftigen, um die einmal zu lernen oder sich in der Doku zu packen. Aber dafür funktioniert es wenigstens zuverlässig und ist flexibel. Prinzipiell wissen wir also jetzt, wie das mit diesen LXC Containern funktioniert. Aber wir haben eben ja schon etwas gehört. Irgendwas mit privilegiert und unprivilegiert. Und wir haben auch was gesehen. Denn die Prozesse, die wir gestartet haben im Container mit dem Benutzerroot im Container, waren ja auch Benutzerroot außerhalb vom Container. Und das ist eben dieser privilegierte Status. Und er kann Probleme machen und zwar in zwei Stellen. Die erste Stelle ist, wenn man irgendwie Ordner untereinander tauscht. Das heißt also, wir haben mehrere VMs oder gar das Host-System, die alle auf einen einzigen Ordner zugreifen. Naja, wenn in der VM einer als Root arbeitet, kann er natürlich alle Dateien sehen, auch von allen anderen Personen, ist eventuell nicht das, was man möchte. Insbesondere, wenn da irgendwie Passwörter liegen oder Private Keys. Das kann da relativ flott zum Problem werden. Und das Zweite, was auch noch ein Problem ist, naja, in dieser VM, in diesem Container, haben wir auch manche Metasysteme drin, wie zum Beispiel slash proc oder slash sys oder auch mal slash dev. Und naja, mit Root-Rechten darf man da alles machen. Das heißt, man kann eventuell auf Hardware-Ressourcen da zugreifen und sich aus diesem Container dann auch Zugriff auf das Host-Dateisystem verschaffen oder auf andere Container, die auf dem Server liegen. LXC selber sagt dazu, dass diese privilegierten Container damit deprecated sind und man sie besser nicht benutzen soll. Ich würde das ein bisschen einschränken. Unprivilegiert ist schöner, keine Frage. Aber ein privilegierter ist halt einfacher. Und wenn man nur mal schnell was testen will und keine Sachen jetzt in dem Container ausführt, die sonderlich gefährlich sind, dann ist das okay. Das heißt also, wenn man den Dingen im Container genauso vertraut wie die, die außerhalb vom Container laufen, kann man die privilegierten benutzen. Ansonsten wollen wir unprivilegiert. Um das zu machen, müssen wir ein paar Sachen vorbereiten. Das erste ist, wir brauchen die Software UID-Map. Die ist jetzt hier auf dem Debian schon vorinstalliert. Ich meine, die wird inzwischen von LXC mit installiert. Sollte also alles automatisch eingerichtet sein. Auf anderen Distributionen eventuell mal gucken, dass das da ist. UID-Map ist dafür zuständig, die User-IDs und Gruppen-IDs zu mappen, wie der Name schon sagt. Normalerweise haben wir nämlich die UID 0, die root ist und dann irgendwelche anderen UIDs, die Benutzer sind. Wenn wir zum Beispiel mal gucken in unsere Pass-WD, dann sehen wir hier Benutzer-ID 0 ist root. Eins ist daemon und hier unten müsste irgendwo unser normaler Benutzer sein. Hier 1000 ist der Benutzer-Test. Den habe ich eben angelegt. Was UID-Map macht, ist jetzt die Daten, die im Container liegen, die da die 0 benutzen, so umzubiegen, dass die mit einer anderen ID laufen, zum Beispiel eben der 1000 oder ähnliches. Und das wollen wir natürlich dann auch benutzen können. Dazu brauchen wir sogenannte Sub-UIDs oder Sub-GIDs. Auf Debian ist das relativ einfach, wenn wir nämlich mal hier in die Sub-UID zum Beispiel reingucken, dann sehen wir hier schon, der Benutzer-Test, der hat hier schon eine komplette Range zugewiesen bekommen. Die UIDs 100.000 bis 100.000, 65.000, 536, die gehören alle dem Benutzer-Test. Das erste ist also die ID, wo es startet und das zweite ist die Anzahl ab da, wo hochgezählt wird. Selbes gilt für die GIDs, das sind die Gruppen. Auch da haben wir denselben Eintrag. Das heißt, die Gruppen-IDs 100.000 bis 100.000, 65.000, 536 dürfen vom Benutzer-Test genutzt werden. Wie gesagt, unter Debian ist es so, wenn man einen Benutzer anlegt, werden die Einträge normalerweise automatisch gemacht. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man mit so einem Befehl hier arbeiten. Das heißt, Usermod, Add Sub-UIDs, dann auch wieder die Anzahl bzw. die Startnummer und die Anzahl und dahinter den Benutzernamen. Das Ganze dann nochmal am Schluss mit den GIDs und dann macht man die beiden Einträge. Wichtig dabei, die kommen erst ins Profile, wenn man neu lädt. Das heißt, wenn ihr mit dem Benutzer arbeitet, einmal ausloggen, neu einloggen, dass das alles zieht. Und dann habt ihr die nötigen Benutzer-IDs, die wir dann gleich benutzen. Der zweite Punkt, den wir uns noch angucken wollen, naja, wir wollen wahrscheinlich Netzwerk benutzen. Das müssen wir auch ein bisschen machen. Dazu gehen wir in die Datei etc.lxc und dann lxc-usernet. Die existiert bei mir noch nicht. Das heißt, es muss gegebenenfalls neu angelegt werden. Und was wir hier machen, ist erstmal den Benutzernamen reinschreiben. Test in meinem Fall. Dann, was wir benutzen wollen, das ist VETH Virtual Evernet. Die Brücke, wo das Ganze dran soll. Lxc-br0 in meinem Fall. Und am Ende, wie viele Interfaces der Nutzer machen darf. Sagen wir mal 10 hier. Muss man dann gucken, wie viel man anlegen möchte. Die Beschränkung hier ist dann einfach nur noch mal eine zusätzliche Sicherheit. Und im Prinzip sind wir damit fertig vorbereitet und können jetzt mit dem Benutzer Test arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt hier in unser Home-Verzeichnis vom Benutzertest und erstellen uns erstmal einen passenden Ordner, nämlich .config-lxc. Achso, ich habe noch gar kein Config Directory. Ist halt ein frecher User. Dann machen wir das mit "-p", dann legt der .config an, dann legt er Lxc an. Und das sind jetzt unsere Ordner. Und in diesem Ordner, da erstellen wir eine Default.conf. Hier können wir unsere Standardeinstellungen für neue Container reintragen. Und was für uns relevant ist, das sind jetzt die entsprechenden Mappings für die UEDs. Und was wir tippen, ist lxc.id.map. Und die ist gleich U für User. Null auf 100.000. Und was hatten wir? 65.536. Die ganze Zeile wiederholen wir nochmal. Diesmal allerdings zwar auch idmap. Allerdings für G für die Gruppen, oben U für User. 100.000. Und 65.536. Und die beiden Zeilen sind zumindest das, was man häufig im Internet findet. Aber, naja, der Name hat sich geändert. Falls ihr Probleme damit habt, idmap ohne Underscore dürfte wahrscheinlich besser funktionieren. Und ab jetzt, naja, im Prinzip können wir jetzt genau dasselbe machen, was wir auch als Route gemacht haben. Das heißt, wir sagen lxc.create. Template.download. Und Name. Machen wir mal Test.userspace oder sowas. Wir sehen hier schon. Downloading. Und da sind wir. Können jetzt auswählen, was wir für eine Distribution wollen. Und wir hatten eben ja ein Arch installiert. Was installieren wir jetzt? Machen wir ein Ubuntu Release. Welcher ist denn überhaupt der aktuelle? Die mit ihren Codenamen. Äh. Impish ist 2110. Gibt's den. Impish. Yo. Und das Ganze für AMD 64. War eine 64-bit CPU. So. Downloading. Und wir sehen jetzt schon. Im Prinzip ist der Prozess eigentlich derselbe. Nur, dass wir jetzt im User sind. Eine Sache, die natürlich anders ist. Wir haben jetzt ja keinen Route Zugriff mehr. Das heißt, unsere Dateien liegen nicht mehr unter schräger war, schräger lib, schräger lxc. Sondern, wenn wir hier gucken. Es gibt jetzt einen Ordner. Punkt. Local. Share. Lxc. Und hier drin. Äh. Nicht cd. Ls. Hier drin ist jetzt unser Ordner mit dem Test User Space. Und hier entsprechend dann auch config. Route.fs. So wie wir das gewohnt sind. So. Nachdem wir jetzt unseren Container haben, wollen wir den starten. Äh. Normalerweise wäre das ja lxc start. Das funktioniert hier nicht mehr. Sondern wir nutzen diese Befehle hier hinten. Hier hinten. Unpriv start. Unpriv attach. Das heißt, lxc-unpriv start. Und wie hieß er. Test User Space. Uh. Runnings Go. Blablabla. Lxc. Ls. Und da ist er. Fancy. State is running. Unprivileged is true. Und das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Machen wir mal ein lxc. Unprivileged attach. Auf den User Space. Ähm. Jep. Er hat gewechselt. Sieht ähnlich aus. Aber wir sind jetzt hier in unserem Debian drin. Oder in unserem Ubuntu ist es ja. Wie wir sehen, es gibt aktuell keine Netzwerkkarte. Die hat anscheinend nicht übernommen. Mal gerade nachgucken. Äh. Share. Lxc. Test User Space. Hier haben wir unsere Config Datei. Und es ist überhaupt keine Netzwerkkonfig da. Ah. Okay. Ich glaube, er hat die globale Config nicht mit übernommen. Denn hier steht es ja eigentlich drin. Ähm. Ich würde sagen, wir nehmen uns dann einfach hier diese Zeilen. Und fügen die noch mit in unsere Config ein. Einmal in die Punkt. Config. Lxc. Default. Das ist für die nächsten Container, die wir anlegen, automatisch haben. Und natürlich auch hier in unsere Config für den bestehenden Container. Zack. Lxc. Äh. Stop. Test User Space. So. Und Unpriv. Start. Läuft wieder. Und wir sehen hier schon. Jetzt hat er diesmal eine IP. Das sieht schon ganz gut aus. Also. Das sieht ganz gut aus. Wir müssten jetzt hier auch. Ja. Unser System haben. Und können wir irgendwas pingen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt unseren unprivilegierten Container. Der hier entsprechend läuft. Und wenn wir jetzt hier einfach mal hingehen. Wir sind jetzt ja hier direkt auf der Route in unserem Container drin. Und wir legen jetzt einfach mal eine Datei an, die Test123 heißt. Wir müssen uns die hier angucken. Test123 gehört hier dem User Root. Können wir auch numerisch machen. User 0. Also. User ID 0 gehört die Datei Test123. Jetzt gehen wir mal auf unser Hauptsystem hier. Wenn wir jetzt hier auf Home, Test, Local, Share, LXT und so weiter bis zum RootFS durchgehen. Und hier uns das Ganze angucken. Dann gehört die Datei Test123 wie auch die ganzen anderen Dateien dem User oder der User ID 100.000. Und das ist dieser Trick mit dem UID Map. Dadurch sind wir jetzt nicht mehr in der Lage auf hier Root Sachen zuzugreifen, sage ich mal. Natürlich haben wir immer noch einen Proc und können auch hier Sachen lesen oder so. Allerdings ist das im Prinzip dann nur noch ein Lesezugriff mit den Emulationen. Das heißt, wir können nicht einfach hier Dinge kaputt machen. So. Eins will ich jetzt noch machen. Und zwar möchte ich den noch mal stoppen. So. Und etwas in der Config ändern. Ich hätte nämlich gerne noch etwas angelegt. Ich hätte nämlich gerne noch gezeigt, wie man das macht, dass man hier einen Ordner reinhängt. Machen wir mal hier in unserem Home einen Ordner Daten. So. Den haben wir jetzt ja. Und den möchte ich jetzt hier einbinden. Und wir sehen ja schon, es gibt ja schon einen LXC RootFS Path hier, wo der Ordner auf den Root gemountet wird. Und sowas ähnliches wollen wir jetzt auch machen. Dazu sagen wir LXC Punkt Mount Punkt Entry. Dann, wo der Pfad herkommen soll. Das ist bei uns ja schräger Home, schräger Test, schräger Daten. Das kann im Übrigen auch ein Device File sein. Da aber Vorsicht. Denn wir sind jetzt ja unprivilegiert. Das heißt, normalerweise kann man die Device Files nicht lesen. Da muss man dann mit UDEV oder ähnlichem die Rechte noch gerade ziehen. Ähm. Dann müssen wir angeben, wo das Ding hin soll. MNT Schräger Daten sagen wir mal. Und sagen Non Bind Optional und Create Deer. Das müsste eigentlich passen. Dann starten wir den Container wieder. Attachen und gucken mal. Was haben wir in MNT? Wir haben einen Ordner Daten. Das sieht doch schon gut aus. Daten. Und Touch Test. Für mich ein Denied. Wie kommt das denn jetzt? Naja. Relativ einfach. Wer sind wir denn? Wir sind Root. Und wir wissen ja. Root ist ja im Gast System die UID 0. Im Host System aber die 100.000. Und hier der Ordner. Naja. Der gehört aktuell der UID 0. Achso. Ich war als Root drin. Ähm. Normalerweise wird es der UID 1000 gehören. Das heißt. Normalerweise sähe das hier so aus. Dass das Ding dem Benutzer Test gehört. Aber auch wenn der dem Benutzer Test gehört. Können wir natürlich hier nicht irgendwas schreiben. Sondern wir müssen explizit sagen. Okay. Der hier gehört. Der Benutzer ID 100.000. Zack. Gehört jetzt dieser Ordner. Der ist jetzt auf dem Host nicht bekannt. Aber. Hier sind wir ja unser Root und Touch Test. Jetzt können wir die Datei anlegen. Und die auch im Host sehen. Und so können wir dann unsere Dateien an einen Ordner im Host speichern. Das mache ich relativ gerne. Sodass ich die Daten getrennt habe. Von den virtuellen Maschinen oder ähnliches. Die relativ einfach an einem zentralen Storage machen kann. Zum Beispiel auf einer externen Platte auch speichern kann. Auf einem externen Storage System. Und natürlich. Dass ich zum Beispiel von verschiedenen Sachen. Von verschiedenen Containern oder VMs. Die Daten an einem Ort liegen habe. Und die zentral backupen kann. Das macht es für mich ein bisschen einfacher. Ja. Im Prinzip kann man jetzt hier mit diesen Containern machen. Was man will. Üblicherweise halt irgendwelche Dienste im Container aufsetzen. Man kann auch jede Menge spezielleres Zeugs machen. Gerade bei privilegierten Containern. Oder wenn man ein bisschen mit den Rechten rum hantiert. Dann kann man zum Beispiel irgendwelche Geräte auch durchreichen. In die Container. Und dann da drin zum Beispiel eine Software für ein USB-Gerät laufen lassen. Die halt dann nur auf Distribution XY läuft. Oder man kann sogar Grafikkarten durchreichen. Wenn man mehrere im System hat zum Beispiel. Oder die im Hauptsystem nicht braucht. Dann kann man tatsächlich auch irgendwie in diesem Container Grafikanwendungen starten. Oder ähnliches. Ja. Wie schon gesagt. Das Ganze beschränkt sich auf Linux. Ihr habt ja eben die Liste gesehen. Wenn wir hier nochmal rausgehen. Download. Wie die Liste machen. Dann sehen wir, dass es da im Prinzip nur Linux Distributionen gibt. Relativ viele. Ein paar fehlen allerdings. Prinzipiell kann man aber sagen. Solange es ein Linux ist. Was mit einem Standard-Kernel läuft. Kann man sich sein eigenes RootFS bauen. Den Aufbau habt ihr ja gesehen. Der ist relativ überschaubar. Der macht da im Prinzip. Technisch gesehen hinten dran. Ein bisschen mehr als ein CH-Root. Aber es ist halt sehr vergleichbar. Was die Installation angeht. Das heißt, man kann sich auch durchaus in diesem RootFS Ordner sein eigenes anlegen. Und das benutzen. Gut. Ich habe jetzt hier meine Container. Kann damit fleißig arbeiten. Kann meine Programme da rein installieren. Und insbesondere hier auch Software starten und so. Die ich gerne haben möchte. Wie wir sehen. Die Images sind auch halbwegs aktuell. Ich habe jetzt gerade mal versucht zu aktualisieren. Aber diese zum Download angebotenen Images sehen wir hier ja schon. 22.02.04. 7 Uhr morgens. Was sagen wir. Wir haben aktuell den fünften. Also die sind halbwegs aktuell. Meistens irgendwie so ein paar Tage vielleicht mal hinterher. Aber prinzipiell kann man davon ausgehen. Dass die auf einem guten Stand sind. Und wenn nicht. Naja. Es ist ein vollwertiges Betriebssystem. Man kann es jederzeit wie man will updaten. Natürlich sollte man die Images eventuell mal prüfen. Wenn man da Dinge machen will. Wenn wir hier reingucken. Es ist jetzt auf jeden Fall mal nichts da. Was direkt so nach einem Trojaner oder so aussieht. Und auch sonst. Wenn wir mal gucken. Es gibt jetzt hier keine versteckten User. Es gibt halt einen Standard-User Ubuntu. Der steht auch in der Doku für hier dem Image drin. Sonst sieht das alles ganz normal aus. Auch keine Passwörter gesetzt. Das ist alles Zeugs. Was man selber machen muss. Und wir haben ja auch schon gesehen. Hier ist nichts drauf. An SSH-Server oder so für Remote Zugriff. Das sind alles Dinge. Die sind einem selber überlassen. Es geht halt hier wirklich nur darum. Ein grundlegendes Betriebssystem zu installieren. Wo man dann selber seine Sachen drauf machen kann. Wie eben. Einen SSH-Server. Einen Webserver. Oder irgendetwas. Was man gerade braucht. Und so dann Daten bereitstellt. Aber genug geschwafelt. Und ich denke wir können relativ sicher sein. Der Container das macht was man möchte. Kann beliebige Software installieren. Und damit würde ich sagen. Dass LXC offensichtlich das tut. Was es soll.